Vorhofflimmern, was ist das? Vorhofflimmern ist eine Volkskrankheit, gerade beim älteren Menschen. Es handelt sich um eine ungeordnete elektrische Aktivität, die der Patient entweder gar nicht spürt oder eben mit Symptomen wie Herzschwäche. Komplikationen? Die eine ist der Schlaganfall durch Gerinnsel, die sich im Herzen bilden können und beim Wegspülen dann die Gefäße zum Hirn verstopfen können. Andererseits auch die Herzinsuffizienz, Herzschwäche, die eine Leistungseinbuße bringt. Behandlung? Konservativ mit Medikamenten, nur um die Herzfrequenz zu senken. Elektroschock-Therapie, um wieder den normalen Herzrhythmus herzustellen. Oder Katheterablation, also Verödung der chaotisch aktivierten Herzzellen. Danke.